Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Temtem. Wir waren, glaube ich, da stehen geblieben, dass ich versuche, meine Temtems alle auf Level 20 zu leveln. Wo geht's denn hier eigentlich hoch? Ah, lol, faszinierend. Das haben wir voll Gas übersehen. Das war ein Silikonfragment. Was macht er denn hier? Schau einer an. Eine Schande, dass diese Festung so zerfallen ist. Kannst du dir vorstellen, wie imposant sie gewesen sein muss? Wie beeindruckend sie gewirkt hat, als sie noch heil war? Äh, heil war? Kann doch wieder nicht sprechen. Das ist eine Schande. So ist es. Aber es bringt wenig, darüber zu lamentieren. Eines Tages möchte ich diese herrschaftliche Kathedrale restaurieren. Viel Spaß. Ähm. Hier gibt's irgendwie nichts. Ah, da. Wir brauchen nur was zu bekämpfen hier. Wer will ich gar nicht? Dass die zwei wenigsten mal ansatzweise in Richtung von... ...den Level kommen. Der andere. Der anderen. Ich kann heute nicht sprechen. Die Duel schon 14 Uhr ist. Ich nehme übrigens wieder am selben Tag ab, als die Folge rauskommt. Das tut mir auch sehr leid, dass die Folge gestern ein bisschen zu spät kam. Mein Adobe Premiere... ...dachte sich... Warum... Warum sollte ich da arbeiten? Das hört doch auf, mir immer Sand ins Gesicht zu spritzen. Das ist kein Stück nett. Okay. Wir kratzen dich einmal und dich kratzen auch. Zack. Ich finde es immer lustig, wie dieses Zataru so leicht anläuft, bevor sie einen Angriff macht. Das trippelt immer so lustig. Ich will nicht so weit weglaufen. Dann müssen wir immer so weit zurücklaufen. Das gibt es doch nicht, dass hier irgendwie nichts ist. Die können doch nicht alle pennen. Ach, Mann. Das gibt es doch nicht. Huch, was bist du denn? Ah, jetzt. Jetzt, wo ich den Fisch hinterherlaufen wollte... ...da finden wir natürlich was. So, ihr zwei. Wir... ...wir machen dieselbe Taktik wie vorhin. Komm, Taktik, weil ich... ...spiele ja so taktisch. ...spiele ja so. Au. Alle mal gegen Tataru. Warum? Jetzt hör doch mal auf. Mein süßes kleines Tataru. So, jetzt aber. Ich habe mich kaputt gemacht. Ja, gibt es ja nicht diesen einen XP. Das überlebt mein Tataru nicht. Das wird jetzt einfach im nächsten Kampf sterben. Ach, geht doch aus dem Weg. Ich finde immer noch, dass das Wasser fiel. Das könnte man vielleicht sogar hinkriegen. Gibt es so einen schweren Schlag? Aber wenn Skyle, Skyle angreift... Nein, warum denn gegen meinen Tataru? Ah, Pickepick. Blüm, blüm, blüm. Das lohnt sich nicht. So, Skyle geht es aber Level 16. Endlich. Die sind auch nicht Level 17. Also... Muss ich mein Tataru jetzt wieder heilen. Bevor wir hier weitermachen können. So. Vielleicht müssen wir doch eins hochgehen. Also, später ist es hier unten. Brauchen wir... ...das Surft-Brett. Aber vielleicht kriegen wir sie ja von Sophia. Ja, das ist lustige Knödelfiech. Was ist das für ein lustiges Knödelfiech? Was ist das? Sagen wir mal, dass es hier nichts gibt. Ah. Kurz vor der Tür. Natürlich kurz vor der Tür. Ich sollte immer kurz vor Abgängen gucken, weil da sind sie immer. Okay, kratzen. Schweren Schlag. Die gehen immer auf meinen Tataru. Ah, jetzt nicht. Schwanzschlag. Du Nagel. Was hat euch er denn getan? Ist ja nicht. So. Kratzen. Schwerer Schlag. Das ist voll blöd, dass dieser zurückgehaltene Groll erst ab einer bestimmten... ...Rundenzahl kommt. Das ist viel. Erst ab einer bestimmten Rundenzahl kommt. Blim, blim, blim. Da, jetzt haben wir einen zurückgehaltenen Groll. Das ist auch mega schön gemacht, die Attacke. Zerrissen habe ich dich. Man wird so ein bisschen aggressiv bei dem Spiel. Okay. Ah, vor Eingang. Ich wollte es gerade sagen. Ich gehe mal vor den Eingang und zack, boom. Da habe ich eins gefunden. Das ist einfach mein Schicksal. Ähm. Ich weiß gar nicht, wann die... und wann die sich weiterentwickeln. Oder ob es von denen es da überhaupt Weiterentwicklungen gibt. Ich habe tatsächlich noch nie noch nirgendwo im Wiki oder so nachgelesen. Weil, dass es eines gibt, weiß ich. Ich habe nur noch nie geguckt. Also, hier nehmen wir mal Kratzen und den... Oh, das ist die Level 13. Schwanzschlag und nochmal den schweren Schlag. Yay! Tod ist es. Oh, Mann. Über diese eine XP, der fehlt. Den holen wir uns jetzt. Jetzt stirbt wahrscheinlich Picke-Pic. So, Kratzen. Schwere Schlag. Oh. Oh, Gott sei Dank. Das ist ein Flugviech. Yes. Kriegt eigentlich... Ja. Wer den Endschlag gemacht hat, der kriegt mehr XP. Ja, Picke-Picke ist endlich Level 18. Oh, Gott sei Dank. Aber ich versuche heute noch mal aufzunehmen, dass ich das wieder ein bisschen vorproduziert habe. Also, schön, wenn man sieht, wer hier gerade an der Geschichte weitergeht oder wer hier gerade versucht zu leveln. Das sieht man den Menschen irgendwie an. Okay, wir sagen, ich mag Sky schon echt gerne. Das ist halt einfach den Elektro-Tem-Tem-Bonus. Ich kann euch übrigens sagen, dass dieser Counter, der jetzt hoffentlich tatsächlich im Video drin ist, wahrscheinlich nicht stimmen wird. Ich habe die ersten vier Folgen gezählt und die letzten drei und dann einfach verdoppelt. Ich habe wahrscheinlich weniger... als da unten steht. Aber es soll ja eine Bestrafung sein, ne? Mann! Gunky, dass das braucht! Ah, das war wieder beim Picke-Picke. Nein, mein Sky hält sich echt wacker. Ich bin stolz auf dich. Toll, jetzt... Für die letzten Dinge habe ich jetzt den zurückgehalten, den Groll. Ja, und weg ist es. Ah, das ist bald Level 17. Ja, wir sind gar nicht so schlecht im Level. Wenn ich das mal so sagen darf. Ich finde es schade, dass sie nicht, wie tatsächlich bei Pokémon übernommen haben, dass man jedes gleichzeitig levelt. Weil das ist so ein... Ja, so eine Länge-Zune. Also, so viel Privatspiel würde ich mir das gar nicht ausmachen. Aber für alles Let's Play ist es immer ein bisschen schwierig. Also, mach es bitte tot. Ja, danke schön. Nein! Es fällt wieder diese eine XP. Verarsch die mich? Das kann doch gar kein... Das gibt es doch nicht. Was ist denn grundsätzlich, dass ich diesen einen XP immer noch nicht habe? Das macht es aber bitte tot. Scheiße. Oder was die XP braucht, ist natürlich jetzt tot. So, da kriegst du die Windklinge. Noch mal kratzen, wo sich es eh nicht mehr lohnt. Weil es eh schon tot ist. Ich kann mit denen zwei jetzt noch ein bisschen durch die Gegend. das sind die Menschen, das ist schon Level 18, 18. Mein Crystal ist sogar schon Level 19. Also, sobald die 20 erreicht, dann machen wir weiter. Aber jetzt kommt erstmal ein bisschen Training. mit dem Training. So, ihr zwei. Ich bin schon froh, dass hier keine, keine Fliegviecher kommen. Sodass ich die ungestört beide einsetzen kann. Und dass ich da ständig auf meine starke Attacken verzichten muss. Kann man gegen die eigentlich nochmal kämpfen? Verdammt, du wirst das für Rollen eintreten. Nein, schade. Das wäre praktisch zum ähm, trainieren gewesen. Okay, ähm, schwerer Schlag. Tateru ist stärker. Jetzt machen wir das zuerst. Au. Au. Okay, für dich reicht noch das bei. Halt, halt, halt. Nein. Schweren Schlag wollte ich. Dann immer für dich ist Feder. Weil, dem wir nicht, mit dem wir den Wind stoßen. Das tue ich mir mir selber weh. Ist geil, du lernst irgendwie nicht. Äh, platzen müsste reichen. Das noch wächst. Du musst also aussitzen. Kratzen reicht. So viel dazu. Und wenn ich jetzt über 102 XP bekomme, stehen wir hier noch eine Weile. Sache wäre blöd, dass man je stärker die Temtems werden, mehr XP braucht, damit sie leveln. Das ist doch Quatsch. Quatsch. Aber hier ist es so. Ja, aber hier ist es so. Und hier ist es so. Und dann hier ist es so. Hier ist es so. Und dann hier ist die Tempel, die ich mir wieder erledigt. Und dann hier ist es so. Schade. Oh, Leute, steht da was? Habe ich das schon die ganze Zeit übersehen? Bitte sagt mir nicht, dass ich das schon die ganze Zeit übersehen habe. Ich habe zwei Belieber bekommen. Mein Gott, bin ich blind. Okay, zwei Skiles. Okay, wir nehmen hier den Schweranschlag und das Federgatling dazu. So, dann müsste der nicht gegenüber sein. Dann werde ich mal angreifen. Und So, du kannst den Schweranschlag noch machen. Bei dir muss ich jetzt auf den Stoß umsteigen. Reicht aber immer noch locker. Irgendwie haben wir jetzt dafür, dass der eine tot ist, 90 bekommen und dafür, dass wir da beide besiegt haben, 102. Aber wenn wir beide gleichzeitig in einer Runde fertig machen, kriegen wir insgesamt noch 102. Das ist doch irgendwie doof, oder? Oder habe ich jetzt falsch aufgepasst? zack, 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 weg ist es. Jetzt haben wir nur 90 gekriegt. Hm. Ich verstehe das manchmal nicht. Aber das ist in Ordnung. Und jetzt heißt Geist Wenn ich immer den Zahnspritzer hernehme, dann sind wir gar nicht so ähm, effektiv. Da kamen sie wieder, die Watschen. Und dann geht es gegen mein Kippgepick. Toll. Ja, das ist die Ohnmausflucht und deinem Flünderer hat sich jetzt voll gelohnt. Pfeilstaub. Und machst die Windklinge. Ich finde Oh, ich finde Crystal eigentlich auch voll süß. Ja, das ist die Windklinge, das geht noch. Och, schade. Jetzt nehmen wir die Kopframme gar nicht. Wird glaube ich noch nie eingesetzt. So, bald ist Ventura ja auch auf Level 19. Das ist schon sehr gut. Wenn es die Runde noch überlebt. Also wenn jetzt noch ein einziges Sky kommt, dann wir uns was schaffen. Das ist sogar ein einziges. Haha. Okay, damit haben wir es wieder. Gutling und die Crystal Star Plus. Watsch. So, damit ist Toe bei Level 19. Sehr gut. Dann gehen wir mal wieder zurück. Und heilen mal. Oh, ich bin gar nichts vor der Tür. Ich bin überrascht. So. Ich drücke da grundsätzlich auf E und nicht auf F. Klack, 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 klack. Und wieder rein in die Windgewandte Festung. Wenn so gar nichts in der Folge passiert, weiß ich immer nie, was ich in den Titel schreiben soll. Also in den Folgentitel, wie ich die nennen soll. Ich habe schon mal geschrieben, Training ist das A und O. Aber ich kann ja jetzt nicht wieder Training ist das A und O schreiben. Ich kann schreiben Training ist das O und A. Warum eigentlich A und O? Woher kommt es? Warum nicht A und B? Weiß das jemand, worum es A und O heißt? Vielleicht weiß ich A und B Scheiße anhört. Hm. Tatarak, das sind ja noch meine Probleme. So folgenspezifische Titel. Yes, Level 17. Tatarak ist auch gleich Level 17. Das geile ist ein Tod. Dafür, dass er sich vorher so wacker geschlagen hat. Aua. Ja, Level 17. Tatarak hat jetzt Sorgen gelernt, willst du? Nee, eigentlich nicht. Blöde, wenn mein Sky gleich schon wieder tot ist. Blöde, wenn mein Sky gleich schon wieder tot ist. Was sag ich schon wieder, hat aber jetzt viel abgezogen? Dann hat sie hier das geilst Zorn. Warum? Dieses Zorn-Ding bräuchte man echt öfter. Das kann schon echt fies sein. Aber hier unten in der Höhle gibt es anscheinend echt nur Skiles und Daterus. Und was anderes haben wir noch nicht gefunden, oder? Oder haben wir von hier auch die Ente? Was haltet denn jetzt alle? Da vom Eingang? Da vom Eingang? Nee. Shisho hat mir mal eins geklaut. Ah, da ist es! Komm schon, eins können wir noch fertig machen, oder? Eins schaffen wir noch. Das tut mir leid. Da flindert der mich auch noch. Ja, nehmen wir Gangkrieg. Stürmen, Gangkrieg ist auch was für das. Sie sehen. Hallo! Rechtsrum strahlen. Schwerer Schlag. Ups. Au! So, vielleicht rumstrahlen. Schwerer Schlag. Ups. So. Vielleicht rumstrahlen. Schwerer Schlag. Ups. So. Leider suchen. Das ist voll süß. Was ist das denn? Ich will das auch. Ich komme mir so vor, als wäre ich einer der einzigen, die so ewig war in Zucht klingen. Aber vielleicht bei denen die Windklinge effizienter. Au. Schon recht. Ich bitte die Windklinge. Die Windklinge ist auch stärker, ne? Au. 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 So, Gangkrieg ist bei Level 18. Nur noch ein bisschen. Und ich denke, ich bin einfach nur trainiert. Ich bin einfach nur trainiert. Ähm. Windklinge. Ah. Ist nicht so effektiv. Mein Gangkrieg ist gut. Da müssen ja alle noch leveln. Schwerer Schlag. Schwerer Schlag. Au. Ich darf wieder ein bisschen weiter. Das ist ja furchtbar, sonst... Ah, lol. Wollte gerade sagen, hier hinten ist nichts mehr, oder? Nachdem ich mich freuen, dass ich auch so ein Glocke übersehen habe. So, schwerer Schlag. Schwerer Schlag. Ach, das hat ja deutlich stärker als Pickepick. Dann haben wir auch hier Angriff 28 und dann 33. Das ist krass. Ah, natürlich kurz vorm Eingang. Ah ja, das ist ja die Ente haben wir noch. Von hier. Schwerer Schlag und Schwerer Schlag. Da wäre jetzt mein Gunkie ganz hilfreich gewesen. Wir kratzen ein bisschen. Ist egal, wer es macht. Oh, fast. Eins noch. Dann hätten wir es. Habe ich das auch überseht oder spawnen die einfach neu? Zwei Erde plus bekommen. Die spawnen doch einfach neu, oder? So blind kann doch nicht mehr ich sein. Dann wird es jetzt mein Pickepick, glaube ich. Malo 19, oder? Schwerer Schlag einmal und nochmal schweren Schlag. Da, das ist das, was wir tun, oder? Aua. Aua. Da noch. Du musst lieber den, weil den schaffst auch du. Oh. Au. Ja, Level 19. Beide nochmal einen schweren Schlag und dann ist gut. Oh. Oh. Ey, wir nähern uns dem Ende. Und wisst ihr auch, was wir uns noch nähern? Dem Ende der Folge. Yay, was für ein Übergang. Dann... Es ist aber trotzdem das Ende der Folge. Ich wünsche euch einen wunderschönen... Oh, das Pferd ist ja voll hübsch. Habt ihr das gerade gesehen? Das ist voll hübsch gewesen. Ähm... Ich wünsche euch dann jetzt einen wunderschönen Tag noch und vielen Dank fürs Zugucken. Und ich hoffe, wir sehen uns dann morgen wieder in der nächsten Folge. Bis dahin. Auf Wiedersehen.